Ja, kommt ein Beamter zum Arzt und sagt, Herr Doktor, können Sie mich nicht einfach für ein paar Tage krank schreiben? Ich habe keinen Bock zu arbeiten. Dann sagt der Arzt, das geht so einfach nicht. Also, da gibt es ein Gesetz, Sie müssten schon eine Kleinigkeit haben. Na ja, ich bin Beamter, was soll ich denn haben? Ich bin gern gesund. Dann sagt der Arzt, wissen Sie was, klebt es einfach mal einen Finger in den Hintern und dann gucken wir mal. Dann sagt der Arzt, jetzt ziehen Sie mal wieder raus und lecken ihn ab. Dann sagt der Arzt, nein, das möchte ich nicht. Dann sagt der Arzt, sehen Sie, wir haben Appetitlosigkeit.